Sei ein Flamingo und stehe über den Dingen. Oder stell dein Journal doch einfach mal andersherum auf. So wie dieses Tischaufsteller-Journal. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Junk Journal Art. Ich bin Luise Heinzel und heute möchte ich mit euch gemeinsam das Cover für mein Tischaufsteller-Journal gestalten. Ich habe keine Ahnung, ob das Wort Tischaufsteller-Journal ein Fachbegriff aus dem Bereich des Junk Journaling ist, aber für mich heißt das jetzt eben nun mal so, weil man es aufstellen kann, als wäre es ein Bilderrahmen oder man kann es auch zum Beispiel als Kalender benutzen oder was auch immer. Aber genauso wie jedes andere Journal braucht das hier natürlich auch ein Cover. Ich habe mir jetzt hier eine Seite ausgesucht, nämlich diese Seite mit diesem wunderschönen Flamingo aus meinem neuesten Papierset. Das ist ein digitales Papierset und das heißt The Day After Valentine, also der Tag nach Valentinstag. Ziemlich bunt, ziemlich schrill, aber auch in einer Vintage Edition erhältlich. Ihr findet den Link zu diesem Kit unten in der Infobox. Das sind verschiedene Artikel, aus denen ihr euch welche auswählen könnt, wenn ihr das auch haben möchtet und die ihr in verschiedenster Art und Weise kombinieren könnt. Als erstes Mal habe ich die Seite hier so zerschnitten, wie ihr gesehen habt. Und dann habe ich das Distressed und da ist mir etwas passiert. Wie ihr seht, schaut das Distressing hier etwas anders aus als normalerweise. Fast so, als wäre dort Wasser in das Papier reingelaufen. Ist es aber nicht. Nur mein Bürstchen, das ich über Nacht ausgewaschen hatte, war noch nicht ganz trocken, als ich diese Distressing aufgetragen habe. Diesen Effekt finde ich persönlich richtig cool, weil man den ja so normalerweise gar nicht so richtig irgendwie extra hinkriegt. Dann habe ich mir hier diesen Stoff genommen und diese zwei Spielkarten, die ich zufälligerweise am selben Tag, als ich dieses Video aufgenommen habe, in einer Happy Mail hatte. Liebe Brigitta, vielen Dank, dass du mir das geschickt hast, denn das passt hier perfekt hin. Ich hatte bloß ein Problem. Du hast mir, in Anführungsstrichen, nur zwei von diesen Spielkarten geschickt. Achtung, Ironie. Ich freue mich natürlich genauso über zwei Spielkarten wie über fünf oder zehn, ganz klar. Aber zwei war jetzt für diese Collage irgendwie ein bisschen komisch, weil, ja, das ist halt keine ungerade Anzahl. Und ich mag es ganz gerne und finde es ausgeglichener, wenn eine ungerade Anzahl an solchen Dingen dort vorherrscht. Aber jetzt habe ich erst mal das hier oben festgeklebt, um dann weiterzusehen, dass mir das alles nicht so verrutscht, dass ich auch den Stoff dort richtig positionieren kann. und gleichzeitig, dass ich den Stoff als Hintergrund benutze, ist die eine Sache. Aber ich möchte gleichzeitig den Stoff nach innen schlagen, dass ich innen auch nochmal dieses wunderschöne Muster von einem Stoff habe. Und gleichzeitig wird mir dann die rechte Kante von meinem Journal etwas abgedeckt. Da hattet ihr beim letzten Mal gesehen, hatte ich diese Schnittkante. Denn ich habe dieses Journal aus einem Buchcover rausgeschnitten und das Buchcover war vorher größer. Und jetzt ist auf der rechten Seite so ein dummer, diese dumme Schnittkante, wo man die Pappe von dem Cover durchsieht. Und deswegen nehme ich das jetzt einfach und schlage das nach innen, sodass ich nur noch oben ein paar Zentimeter und unten dieses kleine Stück habe, was ich dann im Laufe der Zeit noch vertuschen kann. Aber so ist das schon mal das meiste von dieser Kante eben abgedeckt. Auch dieses schöne Papier stammt aus dieser Happy Mail. Da habe ich mir jetzt gedacht, das passt eigentlich ganz gut dazu. Das ist ganz neutral, sodass ich das erstmal innen hier reinkleben kann, um diese hässliche Schrift von dem ursprünglichen Cover zu überdecken. Und später kann ich das dann noch benutzen, um etwas anderes draufzukleben, um vielleicht noch eine weitere Collage zu machen oder eine Tasche aufzukleben oder so etwas. Und dann habe ich schon mal gleich einen Startpunkt, in dem ich dieses Stück Stoff da drüber habe und eben diesen neutralen Hintergrund. Ich habe das jetzt hier einfach mit Brittstift festgeklebt. Das könnte man natürlich auch mit einem anderen Kleber festkleben. So ein Stoffkleber wäre da vielleicht noch etwas besser. Oder Buchbindeleim hatte ich aber gerade hier nicht zur Hand. Aber mit Brittstift funktioniert das genauso. So, Brigida, ich hoffe, du flippst die mir jetzt nicht aus. Ich habe nämlich hier deine Spielkarten zerschnitten, weil ich die jetzt hinter diesen Flamingo kleben will. Und jetzt habe ich hier vier aus zwei gemacht. Ich weiß, das ist auch keine ungerade Anzahl, aber ihr werdet gleich sehen, das macht jetzt wesentlich mehr Sinn. Und da man später von den Spielkarten nicht mehr ganz so viel sehen wird, macht es auch nichts aus, dass die nur zur Hälfte jetzt geschnitten sind. Ich habe die drumherum noch so ein bisschen dunkler distressed, weil mir das vorher so vorkam, als wären die ziemlich hell. Also ich glaube, sie hat da so etwas wie Schnittmusterbogenpapier draufgeklebt oder irgendwas anderes durchsichtiges, bin mir nicht ganz sicher. Ein paar Buchseiten und so eine Serviette, die vom Muster her auch wunderbar zu diesen Blumen aus dem Printable gepasst hat. Also die Blumen, die in dem Printable drin sind, sind fast die gleichen Blumen wie auf dieser Serviette, die sie auf die Spielkarten geklebt hat. Also das war wirklich ein krasser Zufall. Vor allen Dingen, weil es genau an dem Tag angekommen ist, als ich eben dort gesessen bin und habe dieses Video aufgenommen. Ich bin dann nur kurz aufs Klo gegangen und plötzlich war diese Happy Mail da. Da habe ich gedacht, ich spinne. Ja, ein bisschen draufgestempelt habe ich da auch noch mit schwarzer permanenter Tinte, um das Ganze noch so ein bisschen dunkler einfach zu kriegen. Ihr werdet es später noch sehen. Ich werde das noch sehr stark schattieren. Und da wollte ich das einfach um die Spielkarten schon mal so ein bisschen auch dunkler haben. Jetzt habe ich erst gedacht, ich nehme nur drei da oben. Dann hat das aber so komisch ausgesehen. Vier da oben, auch ein bisschen komisch, weil jetzt kippt die ganze Seite komplett nach oben. Das ist da oben bei dem Flamingo viel zu viel. Und jetzt habe ich so aufgeteilt, zwei, zwei. Also zwei oben und zwei unten. Das finde ich jetzt gar nicht mal mehr so ganz übel, weil, ja, jetzt ist es zwar immer noch keine ungerade Anzahl, dennoch gleicht sich das Ganze jetzt ein bisschen mehr aus. und dieser negative Platz, der durch den Stoff entsteht, ist jetzt etwas größer. Brigida hat mir dann noch einige andere so schöne Sachen geschickt, unter anderem diese kleinen Ornamente hier, diese Metallornamente und dieses Blumentingsbums da. Und ihr seht schon am Gefuchtel meiner Finger. Irgendwie hat das vom Gefühl her drauf gepasst, aber ich wusste nicht genau wie. Und dann habe ich hin und her probiert, wie ich das machen könnte. Habe mich dann entschlossen, dass ich lieber diese Stoffblume nehmen möchte. Wo die genau hinkommt, wusste ich da noch, ehrlich gesagt, noch nicht. Und dann hatte ich noch diese zwei Die Cuts übrig. Das sind Die Cuts von Tim Holz. Das ist so eine Wildblumen-Kollektion. Da gibt es insgesamt drei, glaube ich, solche Sets mit unterschiedlichen Blumen. Und diese werden auch in dieser Serie hier noch etwas öfter vorkommen. Also diese Serie, The Day After Valentine, die jetzt durch den Februar geht auf diesem Kanal, wird noch öfters diese Blumen enthalten. Und deswegen wollte ich die gerne auch vorne auf diesem Cover drauf haben. Hier möchte ich jetzt auch diesen Namen von dem Papierkit, The Day After Valentine, vorne drauf schreiben. Und habe mir erstmal die Stempel dahin gelegt, um das längste Wort, nämlich Valentine, zu stempeln. Und ich habe da erstmal geschaut, ob das überhaupt ausgeht, dass es nicht zu breit ist. Ich kann das immer sehr schlecht abschätzen mit diesen Stempeln. Aber es geht sich aus, es ist nicht zu breit. Und ja, dann habe ich das eben auf dieses pflanzengefärbte Papier dort gestempelt und habe das mir dann erstmal da so hingelegt. Da habe ich schon gedacht, uiuiui, das geht aber ganz schön unter in diesem Gewusel von diesen Blumen. Also das ist ganz schön viel da unten in der Ecke. Aber ich habe dann trotzdem erstmal die anderen Wörter noch gestempelt und habe mir gedacht, ich werde das Ganze etwas durchbrechen, indem ich die Wörter jetzt, also The und Day und After einzeln ausschneide und nicht so am Stück lasse. Sonst wären es da unten zwei so große Blöcke gewesen, das wollte mir nicht so gefallen. Deswegen habe ich die einzeln ausgeschnitten und auch die Ränder nochmal distressed, sodass eben dieser distresste Eindruck sich durch die ganze Collage zieht. Ja, dieses Papierset ist ja, wie ich euch schon im letzten Video erzählt habe, so eine Kombination aus Müll, Fotos von Müll und, ja, Bildern von schönen Tieren und Pflanzen. Und, ja, es geht so ein bisschen auf dieses, wie soll ich sagen, diesen Konsumgedanken an Valentinstag. Was passiert mit diesen ganzen Dingen, die man sich schenkt, mit Geschenkpapier, mit irgendwelchen Tüten, in denen Geschenke eingepackt sind, die Blumen, die man bekommt, was meistens ja Schnittblumen sind. Was passiert damit eigentlich nach Valentinstag? Natürlich nicht nur an dem Tag nach Valentinstag, obwohl dieses Kitz so heißt, aber in der Zeit nach Valentinstag. Und dieses The Day After soll eigentlich so eine Symbolisierung sein für diese Zeit nach Valentinstag. Und ein bisschen, ich will jetzt nicht so den Moralapostel spielen, aber ein bisschen darauf hinweisen, dass man vielleicht auf solche Sachen etwas Acht gibt. Und ich glaube, die Leute, die Junk Journals machen, die geben auf solche Sachen sehr Acht. Denn wir benutzen oft Dinge, die andere Leute nicht mehr gebrauchen können, die andere Leute wegschmeißen würden. Ja, wir kommen eben auch auf die Idee, solche Spielkarten mal durchzuschneiden und hier aufzukleben. Jetzt seht ihr nämlich auch, dass es jetzt so aussieht, als wären da vier Karten, obwohl es in Wirklichkeit nur zwei sind. Und das sind eben alles so Kleinigkeiten, ja, auf die ich auch so ein bisschen anspielen möchte mit diesem Kit. Diese Spielkarten habe ich jetzt auch einfach mit Prittstift aufgeklebt. Dazu sei aber gesagt, die sind mir ziemlich stark wieder hochgekommen. Gerade da, wo die glänzende Rückseite von einer Spielkarte auf die gestaltete Vorderseite der anderen Karte trifft, also von den beiden oberen die Rückseite, da hat das nicht so gut gehalten. Ich werde da später nochmal etwas Matt-Medium dahinter geben und das dann mit so einer Bastelklemme festklemmen, sodass das wirklich richtig da drauf ist. Denn es wäre ja schade, wenn man da irgendwo hängen bleibt und dann reißt man sich das ganze Papier runter. Ja, hier, wie soll ich sagen, habe ich gedacht, okay, ist ja alles nicht schlecht, aber jetzt kommt hier gleich wieder die absolute Katastrophe. Denn ihr wisst ja, wenn ich irgendwelche Wörter oder Titel anordnen muss, dann brauche ich Ewigkeiten, bis ich das so habe, wie ich das haben wollte. Beziehungsweise wie es in meinem Kopf war. So, jetzt habe ich erstmal hier unten diesen Schnipsel mit den Löchern aufgeklebt und da bin ich schon irgendwie unglücklich, weil die Löcher da unten nicht rot sind. Also da oben bei diesem gleichen Schnipsel sieht man ja das Buchcover durch, da unten sind sie aber nicht rot. Es könnte durchaus passieren, dass ich da mir noch einen Stift nehme und die nochmal anpinsele. Das habe ich jetzt hier nicht getan, weil es mir jetzt viel zu spät aufgefallen ist. Und jetzt versuche ich gerade diese Blume da so anzuordnen, das ist so eine kleine, wie so gehäkelt oder so ähnlich, dass sie zwar als Blume zu erkennen ist, aber nicht so offensichtlich. Also ich versuche das jetzt eben unter dieses Valentine-Schild zu machen, dass man, ja, die Blume kann man ja trotzdem noch erkennen, aber dass sie eben nicht so massiv ist, weil ich wollte mir natürlich nicht den Fokuspunkt mit diesem Flamingo, der ja sehr präsent ist auf dieser Seite, irgendwie zerstören. Ja, und jetzt kam da das Gefuchtel mit der weißen Blume und diesen anderen drei Wörtern. Also ich kann es euch sagen, ich bin wirklich fast durchgedreht. Aber ich habe auch einige Sachen gelernt in der letzten Zeit, was diese Schrift betrifft. Denn genauso wie man am Computer zum Beispiel Schrift in eine, wie sagt man denn da, also so formatieren würde, würde man, sollte man das hier auch machen. Jetzt habe ich hier die Schrift linksbündig ausgerichtet sozusagen. Also alle Buchstaben, also beziehungsweise nicht die Buchstaben, sondern die Zettel, auf denen die Buchstaben stehen, sind links in einer vertikalen Linie angeordnet. Und ich glaube, das macht ziemlich viel aus auf so einer wuseligen Seite. Also jetzt bin ich damit eigentlich ganz zufrieden, was das Arrangement der einzelnen Wörter und der einzelnen Schnipsel angeht. Aber ich werde das auch gleich trotzdem noch schattieren, weil mir diese Schnipsel einfach nicht doll genug aus der Seite rausgekommen sind. Und ich möchte gerne auch meine Fähigkeiten, was Schattieren betrifft, noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verbessern. Denn das ist etwas, was ich noch nicht so häufig gemacht habe. Und deswegen, ja, kommt hier mal wieder mein Schattierstiftchen zum Einsatz. Das ist hier diesmal ein anderer, als ich den normalerweise benutze. Dieser hier, das ist von Faber-Castell so ein wasserlöslicher Bleistift, so ein Grafit-Stift. Normalerweise benutze ich ja den Stabilo All Pen, aber ich habe mir jetzt diese Stifte für ein anderes Projekt noch bestellt und habe mir gedacht, okay, das kannst du jetzt damit auch mal probieren und mal schauen, wie sich solche Stifte überhaupt verhalten. Der ist von der Intensität her nicht ganz so schwarz wie der Stabilo All Pen, also obwohl ich jetzt hier den stärksten genommen habe. Aber er lässt sich etwas leichter kontrollieren, sage ich jetzt mal. Also der Stabilo All Pen, der ist sehr weich und fasst schon ein kleines bisschen wie so eine harte Kreide oder sowas. Also so eine, kennt ihr diese Gelato-Kreiden? So, aber viel härter, aber irgendwie weich. Also jedenfalls weicher als dieser Bleistift. Es ist so schwierig zu erklären, wenn man das nicht direkt in der Hand hat. Es ist, ja, ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Es lässt sich jedenfalls wesentlich leichter kontrollieren, wo dieses Schwarze jetzt hinkommt. Und jetzt habe ich hier entschieden, die Ränder von diesen kleinen Schildern relativ dunkel zu machen, sodass diese Überschrift für dieses Journal richtig rauskommt. Und dass sie im Prinzip, ja, dass das den Eindruck erweckt, als würde das im Vordergrund stehen. Unten bei dem Valentine-Schildchen ist ja der Stoff, den ich dahinter geklebt habe, dieser rosane Stoff. Da habe ich jetzt versucht, dass ich mit dem Stift wirklich nur auf das Papier komme und nicht in den Stoff rein, weil ich gedacht habe, oh, vielleicht könnte das sonst in den Stoff laufen und mir den Stoff grau einfärben. Das wäre ja ein bisschen blöd. Genauso wie ich das bei den Schildchen und bei diesen kleinen Kreisen links gemacht habe, habe ich das jetzt auch bei den Spielkarten nochmal wiederholt und habe da versucht, die hinteren Spielkarten wirklich so ein bisschen dunkler zu machen. Auch das ist mir hier noch nicht so gut gelungen. Ich bin zwar mit dem Ergebnis ganz zufrieden, aber das ist gar nicht so einfach, weil das ist ja keine realistische Seite. Also das ist ja irgendwie kein Foto eines Flamingos, wo man sich überlegen könnte, wo müssen jetzt diese Schattierungen hin? Und einerseits möchte man es ja auch nicht zu realistisch machen. Man möchte da jetzt nicht irgendwie eine Lampe aufstellen und sich denken, okay, von hier kommt das Licht und dann das dementsprechend schattieren. Das schaut nämlich gelegentlich dann auch etwas eigenartig aus, sondern ich wollte es gerne mehr haben, wie diese Art-Journal-Profis das machen. Und im Art-Journaling ist es ganz oft so, dass die den Schatten um das komplette Objekt drumherum machen. Und das wollte ich erst so machen. Und dann habe ich gedacht, nein, Luise, das machst du hier nicht, weil, schaut mal da oben links bei dem kleinen Stückchen von der Blume, was auf der Grenze liegt zwischen der Spielkarte und dem digitalen Papier über dem Flamingo, wenn ich das links gemacht hätte, dann wäre mir das total komisch dunkel in den Hintergrund gelaufen. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das nur auf der einen Seite gemacht. Und schon fing das Schlamassel an, dass es eben, ja, weder realistisch noch Art-Journal-ik ist. Also, ja, versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis trotzdem. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meinem Shop vorbeischaut und euch dieses Papier anschaut. Und wenn es euch gefällt, dann kauft es euch gerne. Dann könnt ihr sowas ähnliches, wie ich hier mache, nachmachen. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr das nachmachen wollt, einen Flamingo von woanders nehmen. Es gibt ja sicherlich mehr als einen Flamingo auf dieser Welt als Foto oder als Bild. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ergebnisse von euch sehen würde und wenn ihr auch bei diesem Thema hier wieder mitmachen würdet. Ja, und bis dahin, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich euch alles Gute. Lasst euch was Schönes, Kreatives einfallen. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.